Herzlich Willkommen zurück hier auf YouTube bei Stephans Kleine Welt zu Teil 81. Im Teil 81 werde ich nicht den Gleiswindel montieren. Den habe ich zwar gestern schon vorbereitet. Ich hatte auch schon die Einleitung gedreht, wo ich sage, dass ich den montieren werde in diesem Video. Wird aber nicht der Fall sein. Ich habe jetzt gestern, wie gesagt, die Trasse ausgeschnitten. Ich habe mir überall die Höhen markiert, dass ich weiß, wohin der hinkommt. Hier werde ich einen 3D-Druckhalter hinmachen, dahin kommt 3D-Druckhalter. Aber bevor ich den montieren kann, muss ich noch, oder musste ich noch, die Übergänge verlöten. Da von Segment 1 auf 2. Dann musste ich die durchtrennen. Dann musste ich die Polarität trennen, dass ich keinen Kurzschluss in der drinnen habe. Dann musste ich noch die Stelldrähte überprüfen von den Servoantrieben, von den Weichen. Und die ein bisschen runterschleifen, dass ich da mit der Lok nicht hängen bleibe, mit dem Zahnrad oder der Getriebeabdeckung oder mit dem Schleifglotz hinterher hängen bleibe und mir die Weiche kaputt mache, so wie ich es da unten gemacht habe. Zeige ich euch gleich. In der nächsten Frequenz oder Sequenz, eher gesagt, in der nächsten Aufnahme, welche Weiche das war. Weil da habe ich dann drüber gerubbelt mit meinem Schleifglotz und bin dann eine Stelldrahte hängen geblieben und habe mir immer die Weichenzunge da bearbeitet, auf gut Deutsch. Und somit ist mir das kaputt gegangen. Und damit das nicht passiert, hatte die zwar alle runtergeschliffen, aber nicht genug anscheinend. Oder auch die vergessen oder wie auch immer, weil die anderen waren alle in Ordnung. Wenn ich das hier noch mal ein bisschen genauer machen und zweimal überprüfen. Auf jeden Fall funktioniert das jetzt hier alles. Und so bleibt das jetzt. Jetzt werde ich mir gleich noch die Winkel drucken und den Halter hier vorne habe ich noch. Aber die Winkel da hinten muss ich mir drucken. Hier muss ich gucken, wie ich das mit der Gewindestange mache. Hier, das werde ich vielleicht wieder abschneiden. Und dann mal schauen. Auf jeden Fall kommt der heute Abend erst rein, wenn ich das gedruckt habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt für euch ein Video vorbereitet, wo ich das verlöte. Ich werde euch dann immer die Ergebnisse zeigen und die Schritte. Also ich habe das gelötet. Also während der Aufnahme gelötet, dann habe ich das fertig gelötet. Dann ist das Ergebnis gezeigt. Dann habe ich das durchgetrennt. Dann habe ich, also mit Kamera. Dann habe ich das fertig durchgeschnitten. Dann habe ich euch nochmal gezeigt. Und so weiter. Auf jeden Fall werdet ihr jetzt in ein paar schönen Aufnahmen sehen. Und wünsche euch bei diesem Video viel Spaß. So meine Lieben, fangen wir hier vorne direkt an. Da ist auch die Weichen, die besagte. Die war ein bisschen tricky. Das da mit dem Lötklotz. Also die habe ich schon alle so ein bisschen vorgereinigt. Mit einem Glasfaserstift. Und das ist ja eigentlich nur eine ganz einfache Lötverbindung. Die tue ich jetzt ganz normal verlöten. Und dann hat sich das auch. Lötspitze einmal reinhängen. Dann hast du einen Schwamm. So ist das von Erza empfohlen. Dann holen wir hier einfach nur einmal so hier drüber. Schöne heiße Lötkolben. Zack. So will ich nicht lützen. Ja. So. Das war Nummer eins. Einfach mal Licht holen. Mal drehen wir ein bisschen und dann geht es gleich dann mit den anderen Schienen weiter. So. Einmal die Perspektive geändert. Ein bisschen Licht. Ja. Und jetzt gehe ich hier halt dementsprechend entlang. Ne. Wenn ich den hier direkt mal. Schön einreiben. Mit Lötwasser. Lötwasser. Das ist der einzige auf dieser Seite von den fünf Gleisen. Weil die werde ich gleich da drüben verlöten. Ein bisschen tricky mit der Weiche hier vorne. Aber es geht schon. So. Ich fülle das noch mit euch. Zuck. so schön aufpassen mit die kamen die an unteren laufen also nicht so heiß werden lassen nämlich mir den den schienklotz so will mir das so schön sauber und jetzt in ablagerung und so wieder vom glas runter schon einen schönen glatten übergang nun jetzt folgt ich mit euch noch einmal hier vorne das glas stück und dann geht es auch schon in der zeitraff aufnahmen los vorausgesetzt ich komme überall dran ansonsten mache ich die kamera nicht weg sonst bringt das auch nix muss ich euch halt wieder dementsprechend für die ergebnis zeigen aber ich bin gute dinge dass ich euch so ein bisschen wenigstens in der zeitaufnahme mitnehmen kann zeitaufnahmen der meisten so wie so um die 30 sekunden bei mir so so auftreten natürlich auch noch das könnte ich dann auch noch machen mit euch gemeinsam nehme ich hier ganz einfach nur den dremel und schneide das dann auf so hier vorne mal einen punkt hin machen da ist ja direkt der Übergang andere seite gleich hier spielen sehen tue ich wenig bis gar nichts deswegen werde ich gleich die kamera wegnehmen und werde das dann eben ohne euch verlöten und schalte wieder einige schien durchschneide dann gibt es keine zeitraffer aufnahme so schön sauber verlöten und ein bisschen pause zwischen machen dass es dann abkühlen kann wieder so wie hier werde ich das dann dementsprechend ist noch fortlaufend machen hier habe ich ja schon hier muss ich wie gesagt noch verlöten die weiche mit den schienen profilen nicht verlöten und dann ist die seite fertig und werde ich hier noch mit dem dremel wie gesagt die pinne so ein bisschen runter schneiden dann nehme ich einfach die trennscheibe das zeige ich euch dann auch gleich und dann wird das schon schön so meine lieben ich habe das jetzt verlötet das war nicht mal eben weil da auch sehr schlecht dran kommst so bleibt das jetzt besser geht es auch nicht aber ist völlig ausreichend und top in ortland die war ich da jetzt schon angefangen die stelle der hat sie wegschleifen wegzuschleifen in der mitte sieht man ja mal eine muss ich jetzt noch zwei mit euch gemeinsam hatte ich ja gesagt und dann werde ich das jetzt eben gemeinsam mit euch machen so dafür jetzt in den elektro drehmel von parkside weil die zunge auf einer seite dann gehe einfach so mein stelle drüber das ist ja nur 0 8 da geht relativ gut passiert auch nichts top so kann das jetzt bleiben so und dafür in den originalen trennen drehen mit dem winkel aufsatz so mache ich das geht natürlich auch mit der flexwelle aber den die finde ich nicht schlecht ich habe also auf 15.000 umdrehungen eingestellt und damit schneide ich jetzt vorsichtig durch und dann sollte das so funktionieren das ist der trennschnitt für die elektrische trennung das reicht so das völlig in ordnung und jetzt mache ich das eben fertig und dann zeige ich euch nochmal das fertige Ergebnis auf jeden fall habe ich die jetzt noch durchgetrennt hier die kupferleiterplatten dann ein bisschen an die kohleche und sekundenkleber reinlaufen lassen damit der schnitt noch stabilisiert ist dass ich mit dem drehmel zu tief gekommen bin damit das da ein bisschen mehr steifigkeit erhält jetzt habe ich mir das multimeter angemacht und jetzt werde ich das noch eben auf durchfluss prüfen ob ich einen kurzschluss drin habe hier ist offen hier piept da offen 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 die seite kann ich gleich mit prüfen da muss ich nochmal dran da ist er noch nicht das heißt er kommt von hier ach ich bin doch auch blöd natürlich ich habe doch hier hinten das da noch nicht aufgeschnitten ich kann die gar nicht überprüfen siehst du ja ich habe hier überall da habe ich mir jetzt selber ein 3 gewählt also kann ich doch noch die überprüfen offen 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 aber so müssen die offen sein ja hier war ich glaube ich offen 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 der muss verbunden sein ja ist ja die herzstückpolarisierung offen 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 da sehe ich da nicht ganz durchgeschnitten sondern scheiße muss ich gleich mit der säge lang gehen deswegen ist das furchtbar wichtig dass ihr das da kontrolliert alles offen die eine schiene muss ein bisschen durchschneiden hole ich eben die kleine Krokosäge und dann werde ich das jetzt noch eben durchtrennen das war's schon ich meine das war die auch die 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 das war ich das überprüft jetzt kann er wendel dann dementsprechend drauf vorbereitet und dann wird da in zukunft auch nichts mehr schief gehen diesbezüglich zumindest so mein lieben das ist jetzt erst mal fertig ja ich hab da gesehen was ich jetzt gemacht habe den ganzen moment da ist schon wieder drauf weil ich geguckt habe wie viel halte ich brauche ich so pauschal vier stück und dann schaue ich mal ja nächstes step kommt dann der wendel drauf wie gesagt dann muss ich da hinten noch alles verlöten gucken wie ich das machen heute auf gar keinen fall den nächsten tage auch nicht der erste neuen jahr also 20 24 dann und danke fürs zusehen hier wieder zu weiter wie das anschauen wenn ihr Lust habt und sage bis zum nächsten mal macht's gut